Yasuko Watanabe wurde 1957 in einem wohlhabenden japanischen Viertel geboren und studierte an einer Kaio-Universität. Nach ihrem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an einer der Elite-Universitäten trat Yasuko in die Tokyo Electric Power Company ein. Hier wurde Yasuko zu einer der wenigen Frauen, die dort arbeiteten und verdiente fast 100.000 Dollar im Jahr. Im Jahr 1978 verstarb jedoch ihr Vater, den sie sehr liebte. Dies hatte Berichten zufolge dazu geführt, dass sie depressiv wurde und viel an Gewicht verlor. Yasuko verbrachte einen größten Teil ihrer Zeit damit, ihre Mutter und ihre Schwester zu unterstützen, nachdem ihr Vater ums Leben kam. Daher hatte sie nicht viele enge Beziehungen, die einen Einblick in ihr Privatleben geben würden. Der plötzliche Verlust ihres Vaters könnte sie dazu veranlasst haben, andere Formen von Zuspruch zu suchen, wie zum Beispiel der Prostitution. Yasuko führte ein zweites Leben als Prostituierte. Sie strebte vier Kunden pro Tag an und notierte jeden Kunden akribisch in einem roten Notizbuch, das sie immer bei sich trug. Bei diesen Begegnungen lernte sie den nepalesischen Einwanderer Govinda Mainali kennen. In den Bemühungen, das Leben seiner Frau und seiner Kinder in Nepal zu verbessern, kam Mainali 1994 mit einem dreimonatigen Touristenvisum nach Japan. Während dieser Zeit versuchte er, Japanisch zu lernen, um als Reiseleiter in Nepal arbeiten zu können. Er überzog jedoch sein Visum und wurde ein illegaler Einwanderer, der in einem indischen Restaurant arbeitete. Trotzdem schickte er immer wieder Geld an seine Familie zurück. Er hatte genug Geld gesammelt, um ein Haus in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, zu bauen. Während dieser Zeit lernte Mainali Yasuko kennen und hatte mindestens drei sexuelle Begegnungen mit ihr. Am 8. März 1997 setzte Yasuko ihre übliche Routine fort, indem sie ihr selbst auferlegte Quote von vier Kunden pro Tag nachkam. Angeblich rief Yasuko an diesem Tag einen Mann an, der einen schwarz-weißen Pullover trug. Kurze Zeit später betrat Yasuko die verlassene Wohnung neben Mainalis Haus. Dies war die letzte Sichtung von Yasuko. Elf Tage später wurde ihre Leiche in der gleichen Wohnung entdeckt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie nicht nur ermordet wurde, sondern dass auch Geld aus Yasukos Handtasche entwendet wurde. Kurz nach der Entdeckung des Mordes ging Mainali bereitwillig zur Polizei, während diese die Einheimischen befragte. Mainali behauptete, er habe nichts getan, aber die Polizei verhaftete ihn, weil sie ihm gegenüber misstrauisch war. In der Untersuchungshaft wurde Mainali wegen Raubes und Mordes an Yasuko angeklagt. Die Beweise gegen Mainali waren schwach, aber da Mainali zunächst behauptete, Yasuko nicht zu kennen, wurde er misstrauisch beäugt. Schließlich gab Mainali zu, Yasuko zu kennen und Sex mit ihr gehabt zu haben. Dennoch befand das Gericht, dass die Beweise nicht ausreichten, um Mainali des Mordes und des Raubes an Yasuko anzuklagen und er wurde freigelassen. Die Staatsanwaltschaft ließ nicht locker und verhaftete Mainali erneut, weil er sein Visum überzogen hatte, sodass die Polizei mehr Beweise sammeln konnte. So wuchs die Beweislage gegen ihn. In der Toilette der Wohnung wurde ein Kondom mit Mainali Sperma gefunden und aus seinem Schamhaar befand sich in der Wohnung. Laut Mainali hatte er Ende Februar das letzte Mal Sex mit Yasuko und sah sie am Tag ihres Todes nicht. Mainali und seine Anwälte legten daraufhin Einspruch gegen seine zweite Verhaftung ein. Die zweite Untersuchung ergab, dass Yasuko an diesem Abend einen anderen Kunden traf und die Tür weit offen stand, als ihre Leiche entdeckt wurde. Darüber hinaus führten Mainalis Anwälte einen Test durch, der zeigt, dass sein Sperma alt war und es ein nicht identifiziertes Schamhaar war, das nicht als Beweismittel zugelassen wurde. Außerdem wurden dem Gericht zusätzliche Kondome nicht vorgelegt. Am bemerkenswertesten war jedoch die Tatsache, dass Yasuko Speichel auf ihrer Brust hatte, der von einem Täter mit der Blutgruppe 0 stammte. Mainalis Blutgruppe ist B. Es gibt jedoch nichts Gefährlicheres als einen Kriminalbeamten mit Überzeugung. Die mit dem Fall befassten Ermittler wurden auf Mainali als Verdächtigen angesetzt und begangen mit dem Verhör. Zu dieser Zeit gab es in Japan nicht viele Dolmetscher. In diesem Fall war kein nepalesischer Dolmetscher verfügbar, so dass Mainali mit einem Polizeidolmetscher kommunizieren musste. Der Hindi sprach. Mainali, seine Freunde und seine Mitbewohner wurden alle von der Polizei befragt. Einige seiner Bekannten waren ebenfalls illegale Einwanderer und wurden gezwungen, sich diesen Verhör zu unterziehen. In einem Fall erzählte Mainalis Mitbewohner der Polizei, dass Mainali nach dem Tod von Yasuko zu Geld gekommen sei und einen Kredit von etwa 1.500 Dollar zurückzahlen könne, was für Mainali zu diesem Zeitpunkt nur schwer möglich gewesen wäre. Ein weiterer Mitbewohner wurde verhört, gab aber nicht viele Informationen preis. Mainali und seine Freunde behaupteten jedoch alle, dass sie während ihrer Verhöre geschlagen, angegriffen und misshandelt wurden. Und Mainalis Anwälte behaupteten, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, Aussagen der Verdächtigen unter Zwang gemacht wurden. Außerdem wäre es für Mainali nahezu unmöglich gewesen, das Verbrechen zu begehen, da er bis 22 Uhr auf der Arbeit war. Selbst wenn er zu dem Ort geeilt wäre, an dem Yasuko häufig nach Kunden suchte, wäre er nicht vor 12 Uhr angekommen. Yasukos letzter bekannte Auftritt war gegen 23.45 Uhr. Das Gebäude, in dem Yasuko gefunden wurde, befand sich in unmittelbarer Nähe der Wohnung von Mainali. Selbst der eifrigste Mörder würde die Leiche nicht elf Tage lang so nah an und in seinem eigenen Haus aufbewahren. Letztendlich wurde Mainali des Mordes an Yasuko angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wo er die meiste Zeit in Einzelhaft verbrachte. Mainali und seine Anwälte wehrten sich jedoch konsequent gegen diese Anklage und erhielten schließlich eine weitere Anhörung. Schließlich wurde Mainali 15 Jahre später freigelassen, weil seine DNA nicht mit dem Verdächtigen übereinstimmte. Auch jetzt nach 25 Jahren ist der wahre Mörder noch immer nicht gefasst. Es ist unwahrscheinlich, dass der wahre Mörder gefunden wird, denn die mit dem Fall befassten Ermittler waren so sehr darauf konzentriert, Mainali anzuklagen, dass viele Beweise ignoriert wurden. Es würde Sinn machen, dass ihr Mörder der letzte Kunde war, den sie in dieser Nacht gesehen hat. Aber da es dunkel war und viele Beweise weggeworfen wurden, wird es schwer sein, ihren Mörder jemals zu finden. Selbst wenn der Fall von Yasukos Tod neu untersucht werden sollte, betrug die Verjährungsfrist 15 Jahre. Selbst wenn der Mörder seine Verbrechen zugeben würde, könnte er aus diesem Grund nicht mehr angeklagt werden.